so jetzt warte mal wie kann man das entzünden ach so genau ich habe jetzt gedacht da sind irgendwie gegner die ich umbringen muss aber ich glaube das war jetzt nur so ein test leuchtfeuer schnellreise okay das müssen wir uns drücken um aus ja das brauchen wir nicht warum ist das so hell und das hier finde ich sehr interessant das ist aber mega geil cool komm doch her du motherfucker meine fackel ist kaputt äh ich meine mein sperr okay dann gehen wir doch mal hier rein belohnungslager öffnen kann man sachen auch ach so was muckt ihr rum oder was ach ihr großmauligen wichser was hier los ist alter ah man ey vielleicht haben wir jetzt gebratenes leder ok ja das ist ein bisschen dumm gelaufen warum sind hier so viele wölfe ey das ist so was kann man denn jetzt hier gibt es hier missionsziel ja genau was ist das denn unbekannter ort den kann man entdecken ah hier sind diese noch ein unbekannter ort eine tasche wenn ja helfen eskorte ich würde sagen wir erkunden mal diesen ort hier oha das sieht aus wie hanf ich würde sagen wir rennen weil sonst ist unsere fackel nämlich bald leer und ohne fackel kann man nachts nicht so toll rumlaufen ach du scheiße ey äh äh bau des walk war ok was ist ein walk war ich weiß nicht ob ich das wissen möchte ok die scheinen sich da irgendwo die köpfe einzuhauen tasche für diesen gegenstand bereits voll guck mal das kann hm alter was machen die da ey oh es wird glaube ich wieder tag das hört sich aber echt heftig an na gut die aufnahme ist gerade gestoppt na shadow play mag mich nicht ah das war einfach nur behinderte wölfe die rumgemuckt haben aber was ist das da das bewegt sich ach so ach da habe ich keinen bock drauf jetzt gehen wir mal zu diesem ort da ein unbekannter ort oh ich habe hier glaube ich wieder ein feuer entfacht na wie kann man die denn ausmachen so irgendwie macht macht äh macht meine aufnahme heute nicht das was sie soll das ist ärgerlich das passiert immer dann wenn es am wenigsten passieren darf nämlich wenn du einen auf die fresse von mir kriegst nein du wirst sterben parashravas ursprung dann rollten wir nochmal dieses wildschwein hier oha den gucken wir uns jetzt mal an und 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 Hm, sehr cool Da oben ist diese Brücke Ich glaube, da müssen wir hoch Sind die eigentlich friedlich? Die machen nicht den Eindruck Krass Ein Vogel Ein krüppeliger Bär Warum ist denn dieses Mammut weiß? Ist das vergiftet? In Far Cry 4 waren ja auch Tiger manchmal weiß Die waren dann so vergiftet Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Brücke hoch Gehen wir dann aber hier lang Mann, ey, das ist doch nicht euer abgefuckter Ernst Mal, was ist mit dieser scheiß Software los? Es ist jetzt schon wieder ausgegangen Ey, ich fick ihn gleich, Mann Nee Ey, Fraps macht mir 1000 GB große Mini-Dateien Shadowplay funktioniert urplötzlich nicht mehr Ey, nehm ihn in den Mund, ey, ganz ehrlich Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf Da willst du eine ordentliche Runde aufnehmen Denkst dir nichts Und diese ganze Scheiß Kacke funktioniert nicht Shadowplay hat noch nie Probleme gemacht Nee, also ich würde sagen, an dieser Stelle war's das mit diesem Let's Play Also mit dieser Session, sag ich jetzt mal Kann man ja Session nicht nennen Ich werd auf jeden Fall mal nachschauen Wie wir dieses Scheiß-Problem aus dem Weg kriegen Nehmt's mir nicht übel, wenn ich euch jetzt hier so ein Stückchenweise Content liefern muss Aber ich will jetzt auch nicht komplett das weglassen, was ich jetzt aufgenommen hab Weil dann sind wir wieder so Dann müssen wir ja wieder nochmal anfangen Und das ist irgendwie doof Ich weiß nicht, ich will euch daran ja auch teilhaben lassen Ich, äh, nehm Ich mach die Aufnahme jetzt erstmal aus Und ja, mal schauen Dann sehen wir uns, beziehungsweise Dann sehen wir uns ja bald, ne Also hoffentlich, wenn's dann mal funktioniert Ich würd sagen, das war's erstmal von mir Falls ihr Bock habt Ich mach noch viele andere Let's Plays Aber dazu werde ich wahrscheinlich ein extra Video machen So ein kleines Kanal-Info-Video Ähm, aber ansonsten würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Tschö